Musik Mein Vater war schon jeher sehr technikbegeistert und gleichzeitig hat sie die Gabe, nach vorne in die Zukunft zu sehen. Mein Name ist Patrick Bonetzmüller und ich bin der Geschäftsführer der SOMIC-Gruppe. Die Firma SOMIC stellt Endverpackungsmaschinen her, die bereits vorverpackte Produkte in einen Umkarton verpackt. Unsere Kunden sind meistens Hersteller der Lebensmittelindustrie, Petfood sowie Pharmazie und Healthcare. Für uns ist die Zuverlässigkeit deswegen wichtig, weil für unseren Kunden die Produktionssicherheit und eine hohe Maschinenverfügbarkeit zählt. Und da kann er auf einen hohen Wirkungsgrad bei SOMIC-Maschinen bauen. Schneider Electric EcoStruxure mit seinen Produkten wie Argumented Operator Advisor, Packdrive LMC Pro und die Servodrives ermöglichte für uns, unsere Maschinen die maximale Performance zu erzielen. Unsere Vorteile sind ganz klar der kleine Footprint bei höchster Leistungsfähigkeit. Lassen Sie mich das an einem Beispiel unserer letzten Entwicklung einer Kapselmaschine festmachen. Hier hat uns Schneider besonders mit dem EcoStruxure insofern weitergeholfen, dass wir den Output quasi verdoppeln konnten. So konnten wir 1400 Kaffeekapseln pro Minute bzw. pro Format sind das 140 Einzelkartons verarbeiten. Hierbei gilt es Datenmengen und Datentransfers zu handeln und kompakte Technik zu liefern. Für die Zukunft müssen unsere Maschinen leistungsfähig und flexibel sein. Hier benötigen wir einen Partner wie Schneider Electric, der uns mit der notwendigen Systemunterstützung dient. auf diesen bookleten Blick zur ganzen wystankereidee Ummen 그때 hoPS und idée zum Aufbau. Uhr 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 fundamentally ´